Haben Sie einen Schlag auf den Kopf bekommen? Ich habe ein helles blaues Licht gesehen. Das ist die beste Art, meine Kreuzung zu beschreiben. Wenn Sie jemals dieses Licht zwischen Ihren Augen sehen, ist das der Weg zum Himmel. Es passierte, als ich 32 Jahre alt war. Es war ein Wochenendnachmittag und ich fuhr mit meinem Motorrad zum Haus eines Freundes. Ich fuhr mit dem Motorrad und genoss die Aussicht am Straßenrand. Ich ahnte nicht, dass eine Gefahr auf mich zukam. Ein Auto, das eine rote Ampel überfuhr, kam plötzlich von der Straße ab und stieß heftig mit mir zusammen. Ich wurde von den Füßen geschleudert. Ich verlor das Gleichgewicht und rollte auf dem Boden weiter, wobei ich gegen den Boden und Gegenstände um mich herum stieß. Ich spürte einen starken Schmerz und mein Bewusstsein begann zu verschwimmen. Ich kämpfte darum, aufzustehen, aber mein Körper war außer Kontrolle geraten. Eine wunderschöne Aura blitzte vor meinen Augen auf. Eine intensive Hitze umhüllte mich, und das blaue Licht war überall um mich herum. Ich wusste nicht, was geschah und was ich zu erwarten hatte. Meine Seele schwebte in der Luft, und ich hatte das Gefühl, eine ganz neue Welt betreten zu haben. Zu diesem Zeitpunkt war ich verwirrt über meine Existenz und alles um mich herum. Plötzlich hörte ich eine Stimme, die immer wieder meinen Namen rief. Die Stimme war sehr sanft, als käme sie von einem weit entfernten Ort. Die Stimme sagte mir, ich solle aufhören zu kämpfen, denn ich sei schwer verletzt. Sie würde mich an einen anderen Ort der Sicherheit bringen. Und mein Schmerz verblasste. Ich folgte dem Licht und bewegte mich schnell nach oben, bis ich nichts mehr unter mir sehen konnte. Ich fühlte mich sehr leicht, als ob ich fliegen würde. Alles um mich herum wurde heller. Ich begann, ein Gefühl des Seins zu empfinden, das Zeit und Raum überschritt, als wäre ich eins mit dem ganzen Universum. Ich schaute nach oben und sah eine Stufe, die aus goldenem Stein war. Erfüllt von Neugier und Aufregung machte ich ohne zu zögern den ersten Schritt und fühlte mich sehr wohl. Als ich die erste Stufe hinaufging. Die zweite Stufe erschien schnell unter meinen Füßen. Als ich einen weiteren Schritt machte, erschien wieder eine neue. Es war ein wunderbares Gefühl. Ich fühlte mich nicht müde und ging weiter die Stufen hinauf. Schließlich kam ich an einen wunderschönen Ort mit einer spektakulären Aussicht um mich herum. Vor mir lag eine weite Wiese und in der Ferne eine sanfte Bergkette. Hier fühlte ich mich ruhig und frei von allen Sorgen. Ich ging ein Stückchen weiter und sah einen klaren Bach. Ringsche rum wuchsen Wildblumen und Schmetterlinge flatterten zwischen ihnen. Ich ging weiter entlang des Baches. Ich entdeckte einige kleine Tiere, die sehr freundlich und nicht im geringsten aggressiv waren. Vor mir tauchte eine Brücke auf. Auf der linken Seite der Brücke befand sich ein riesiges Gebäude aus weißem Stein. Es strahlte ein gleißendes Licht aus. Es sah sehr hell aus und strahlte ein warmes Licht aus, als ob es die ganze Dunkelheit vertreiben könnte. Ich blickte auf das Gebäude und spürte eine Aura von Erhabenheit und Sakralität. Ich holte tief Luft und begann, die Brücke zu betreten. Ich ging in die Richtung des Gebäudes. Als ich mich ihm näherte, bemerkte ich einige Details. Es war kunstvoll verziert und jeder Stein war sorgfältig bearbeitet worden. Als ich durch die Türen ging, hatte ich das Gefühl, eine andere Welt betreten zu haben. Es gab schöne Musik und eine Atmosphäre, in der ich mich wohl fühlte. Ich sah viele Menschen, die dort lebten. Einige lachten, einige unterhielten sich. Sie alle hatten ein glückliches Lächeln im Gesicht. Ich ging durch die Menge und sah bekannte Gesichter. Mein Vater, meine Großmutter und mein Onkel. Sie sahen alle sehr energisch aus. Die erste Person, die mich ansprach, war mein Vater. Er fragte mich, was machst du denn da oben, mein Sohn? Ich antwortete, ich wisse es nicht, mir sei nur eingefallen, dass es einen Verkehrsunfall gegeben habe und dass ich hierher gekommen sei. Er beruhigte mich. Mach dir keine Sorgen, du bist hier sicher. Sie sind in den Himmel gekommen. Ich war sehr überrascht und konnte nicht glauben, dass ich in den Himmel gekommen war. Also sagte ich zu meinem Vater, du hast wirklich Glück, dass du hier bist. Mein Vater lächelte und sagte zu mir, wenn du deine Arbeit beendet hast, kannst du auch hier leben. Er sagte mir auch, dass im Himmel jeder frei wählen kann, wie er leben möchte. In der Ferne sah ich ein helles Licht, das einladend leuchtete. Ich wollte näher herangehen, um es genauer zu sehen, aber meine Großmutter stellte sich mir in den Weg. In sanftem Ton sagte sie zu mir, mein Kind, es ist noch nicht an der Zeit, dass du dorthin gehst. Etwas verunsichert versuchte ich erneut, näher heranzugehen, aber diesmal hielt mich mein Vater auf. Er sagte zu mir, mein Sohn, du musst zurückgehen. Deine Zeit ist noch nicht um. In diesem Moment kam der Rest der Familie auf mich zu und beruhigte mich in sanftem Ton. Sie sagten mir, dass der Himmel zwar sehr schön sei, ich aber noch viele unerledigte Aufgaben hätte, die ich zu Ende bringen müsse. Sie sagten, wenn ich meine Aufgabe erfüllt hätte, könnte ich hierher zurückkehren und die ewige Glückseligkeit genießen. Als ich hörte, dass ich zurückkehren musste, war ich sehr verwirrt, weil ich diesen wunderschönen Ort nicht verlassen wollte. Ich sagte ihnen, dass ich nicht zurückgehen wolle, dass ich bei euch bleiben wolle und dass ich nicht wisse, wie ich zurückkommen könne. Plötzlich erschien das helle Licht in der Ferne über meinem Kopf. Es war wie eine riesige Fackel, die meine Umgebung erleuchtete. Ich blickte auf und sah einen Mann in einem weißen Gewand vor mir auftauchen. Als ich näher hinsah, erkannte ich, dass es Jesus war. Das Gesicht von Jesus war voller Liebe und Wärme. Er klopfte mir sanft mit seiner Hand auf den Kopf und sagte, Mein Kind, du hast noch viele wichtige Aufgaben zu erledigen und du musst zurückgehen und dein Leben weiterführen. Ich war so verwirrt, dass ich nicht wusste, von welchen Aufgaben er sprach. Jesus schien meine Zweifel zu kennen und fuhr fort, deine Aufgabe ist es, Liebe und Freundlichkeit weiterzugeben, den Bedürftigen zu helfen und ein guter Mensch zu sein. Ich sah Jesus an und fragte ihn, habe ich eine Wahl? Jesus antwortete sanft, natürlich. Er sagte mir auch, ich bin sehr schwer verletzt und niemand würde es mir verdenken, wenn ich hierbleiben wollte. Ich dachte einen Moment lang nach und fragte dann, was wird mit meiner Mutter dort unten geschehen? Jesus sagte, deine Mutter wird traurig sein, und dieser Zustand der Traurigkeit wird sie vielleicht fünf Jahre lang oder für den Rest ihres Lebens begleiten. Ich fuhr fort, und meine Frau, kannst du sie jetzt hochbringen? Jesus lächelte und sagte, deine Frau hat eine Mission und eine Aufgabe zu erfüllen, sie muss ihr Leben auf der Erde fortsetzen. Dann legte er mir sanft die Hand auf die Schulter und bedeutete mir, nach unten zu schauen. Ich schaute auf den Boden, wo meine Mutter und der Rest meiner Familie versammelt waren und sehr traurig und verloren aussahen. Ich wusste, dass sie über meinen Weggang trauerten. Ich konnte ihre Herzen fühlen und ihren Kummer und Schmerz spüren. Erneut legte Jesus seine Hand auf meine Schulter, und ein weiteres Bild erschien zu meiner Linken. Jesus sagte mir, dies ist die Zukunft des Lebens deiner Familie. Ich sah meine Mutter, die viel älter aussah. Ihr dünner Körper zitterte ständig, und ihr Gesicht war von Traurigkeit und Frustration gezeichnet. Sie schien die Hoffnung auf das Leben verloren zu haben. Sie blieb allein zu Hause und hatte keinen Kontakt mehr zur Außenwelt. Mein Herz wurde schwer und ich merkte, wie sehr mein Weggang sie getroffen hatte. Dann sah ich die Szene von der Hochzeit meiner Tochter. Meine Tochter trug ein wunderschönes Hochzeitskleid und bereitete sich elegant darauf vor, die Hochzeit zu betreten. Sie sah so schön aus, und ich war so stolz auf sie. Aber mir fiel auf, dass sie keine Familie um sich hatte. Und es brach mir das Herz, dass sie allein zum Altar schritt. Meine Tochter hat einen verantwortungsbewussten Mann als ihren Partner gefunden. Ich konnte auch ihre Liebe und ihr Vertrauen in ihn spüren. Dann hörte ich die Gebete meiner Familie. Es war, als ob sie direkt bei mir wären. Sie wollten, dass ich zu ihnen zurückkehre. Ihre Gedanken berührten mein Herz tief. Ich spürte ihre Liebe. Die Entscheidung fiel mir leichter, und ich ging die Treppe hinauf. Ich sagte Jesus, dass ich zurückkehren wolle. Er lächelte mich an und nickte. Als ich mich darauf vorbereitete, diesen wunderschönen Ort zu verlassen, hatte ich sehr gemischte Gefühle. Jesus stand neben mir und ließ mich wissen, dass ich die richtige Entscheidung getroffen hatte. Schließlich fragte ich Jesus, wenn ich zurückkehre, werde ich dann immer noch die Schmerzen von dem Autounfall haben? Jesus klopfte mir auf die Schulter und sagte beruhigend, du brauchst dir keine Sorgen zu machen, ich werde dir einen gesunden Körper geben, aber es wird einige Zeit dauern. Als ich das hörte, empfand ich ein überwältigendes Gefühl der Dankbarkeit in meinem Herzen. Bevor ich ging, sagte er noch einige ermutigende Worte, du wirst auf der Erde vielen Schwierigkeiten und Herausforderungen begegnen, aber du wirst nicht allein sein. Ich werde immer an deiner Seite sein. Bevor ich ging, umarmte ich auch meinen Vater zum Abschied. Er versicherte mir, mach dir keine Sorgen, wir werden hier wieder zusammen sein. Als ich auf der Treppe stand, begann sie automatisch hinunterzufahren, so sanft, als würde ich mit einer Rolltreppe fahren. Wir überquerten das Dach und betraten einen Operationssaal. Ich konnte sehen, dass die Ärzte an mir operierten. Sie trugen Masken und Handschuhe und bedienten vorsichtig die Instrumente und Geräte. Ich spürte eine warme Energie, die von hinten kam. Ich wusste, dass Jesus die ganze Zeit bei mir war. Als Jesus meine Seele in meinen Körper zurückbrachte, spürte ich, wie jede Zelle in meinem Körper vibrierte. Das Gefühl war etwas ganz Besonderes und überwältigte mich mit Aufregung und Überraschung. Im Laufe der Zeit kam ich allmählich wieder zu Bewusstsein und begann, die Veränderungen in meinem Körper zu spüren. Ich spürte, wie sich jeder Zentimetermuskel verjungte und jede Zelle sich verjungte. Ein paar Tage später waren die Ärzte über meine Genesung erstaunt. Zuvor hatten sie geglaubt, dass ich gelähmt sein würde und dass es kaum Hoffnung auf Heilung gäbe. Aber nur ich wusste, dass ich mit der Hilfe von Jesus einen gesunden Körper zurückerhalten hatte. Ich vermisse meinen Vater immer noch gelegentlich. Ich weiß, dass wir in naher Zukunft wieder vereint sein werden. Ich habe jetzt wichtigere Dinge zu tun. Ich möchte mich um meine Mutter und meine Frau kümmern und so viel Zeit wie möglich mit ihnen verbringen. Damit sie sich glücklich und zufrieden fühlen. Und natürlich meine Tochter, bei der ich am Tag ihrer Hochzeit sein möchte. Ich möchte in der Lage sein, ihr mehr Liebe und Unterstützung in ihrem Leben zu geben, damit ihr Leben voller Glück und Schönheit ist. Diese Erfahrung war für mich sehr einschneidend. Sie hat mich dazu gebracht, das Leben mehr zu schätzen und für jeden Tag dankbar zu sein. Ich bin mir der Bedürfnisse und Gefühle der Menschen um mich herum bewusster geworden. Ich bin mir auch meiner Gesundheit und meines Lebensstils bewusster geworden. Ich begann, mich auf Ernährung und Sport zu konzentrieren, um fit und gesund zu bleiben. Ich verfolgte meine Träume aktiver und schätzte jede Gelegenheit im Leben. Diese Erfahrung war eine Offenbarung für mich und hat mich noch entschlossener gemacht, meinen eigenen Weg im Leben zu gehen. Ich wollte mich gar nicht vertreiben. Ich bin mir der最後 auch sehr nach hyggenser. Ich Pronov Cette aband local ist. Ich bin mir. Ich bin mir. Ich bin mir.